Frank Thelen uncovert. Ist Mr. Thelen ein Genie oder doch eher ein Hochstapler? Herzlich willkommen hier zu diesem neuen Steckbrief-Format, wo wir uns einmal gewisse Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, die im Bereich des Investierens großen Einfluss haben, anschauen. Wir werden uns konstruktiv, kritisch mit diesen Personen auseinandersetzen, denn ich bin felsenfest davon überzeugt, man kann von einer jeden Person etwas lernen. Was du von einer Person lernen kannst, ist aber auch limitiert. Und eine jede Person hat Eigeninteressen, das bedeutet Interessenskonflikte. Und genau aus diesem Grund setzen wir uns mit diesen Persönlichkeiten mit Einfluss auseinander, um festzustellen, was kann ich von dieser Person lernen, wo weiß ich, sie ist befangen und muss doppelt aufpassen. Let's go! Es würde mich natürlich freuen, hier zum Start, wenn ihr mir Feedback da lässt, gefällt euch das neue Format, kriegt ihr Mehrwert aus diesem Format raus und vor allem ganz wichtig, welche anderen bekannten Persönlichkeiten interessieren euch, die wir einmal hier im Steckbrief-Format auseinandernehmen werden. Also, ihr müsst natürlich den Kanal abonnieren. Wir versuchen jetzt, seit hier haben ja die 5000 Abonnenten gerade geknackt, wieder durchzustarten. Also, Frank Thelen, Deutschland verpennt die Zukunft. Wir starten direkt rein. Er hat hier ein wahnsinnig gutes Zitat. Deutschland verpennt die Zukunft. Wir sind Weltmeister im Bewahren, aber nicht im Erfinden. Und damit trifft er schon mal relativ gut den Kern dieser Zeit. Deutschland ist leider nicht mehr in der kreativen Phase, sondern in der verwaltenden Phase. Das bedeutet, in Deutschland entsteht kaum noch Fortschritt generell. In ganz Europa die kreative Phase, vor allem in der Aufklärung begonnen und so weiter, kulminierte dann vermutlich im 20. Jahrhundert, als Deutschland seinen Höhepunkt erreicht hat. Ich will jetzt keine Geschichtslehre draus machen, sondern ein Zitat von Alice im Wunderland bringen. Denn sie sagt, meine Liebe, hier müssen wir so schnell rennen, wie wir können, nur um an Ort und Stelle zu bleiben. Und das ist, glaube ich, ein Gefühl, das viele Leute hier, die diese Videos sehen, auch mitbekommen. Man hat vermutlich in der heutigen Gesellschaft das Gefühl, dass man immer mehr arbeiten muss, um den gleichen Lebensstandard zu erreichen und so weiter. Einfach deswegen, weil die technologische Entwicklung so schnell vorangeht, dass wir überhaupt nicht in der Lage sind, unsere Gehirne, die eigentlich noch in der Steinzeit verfangen sind, unser Gehirn ist noch auf dem Niveau von mehreren tausend Jahren. Aber das Umfeld hat sich so schnell verändert, wir sind an diese Veränderungen nicht angepasst. Und deshalb strugglen viele Leute, wenn man das einmal so ausdrucken möchte. Bevor wir jetzt die Thesen des Frank Thelen einmal konstruktiv kritisch beleuchten werden, will ich hier noch eine Sache klarstellen. Und das wird sich durch dieses Format eben durchziehen. Niemand ist gut oder schlecht. Man kann von jedem lernen, man muss nur die Hintergründe verstehen. Das bedeutet, ich kann von einer jeden Person, auch wenn ich mit ihr bei vielen Dingen nicht übereinstimme, vor allem von den Leuten, mit denen ich nicht übereinstimme, kann ich viel lernen, wenn ich ihre Thesen auf mich wirken lasse, drüber nachdenke. Das sind eine neue Perspektive, Perspicere, Durchblicken vom Lateinischen. Also wenn ich das in eine neue Perspektive setze. Und hier gab es ja diese Dokumentation, wo ich mich richtig aufgeregt habe, über Frank Thelen von sensationsgeilen Journalisten von STRG F oder wie die heißen, die versucht haben, aus Frank Thelen einen Finanzverbrecher zu machen. Und da habe ich mich aufgeregt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, weil da wieder diese scheiß deutsche Haltung durchgekommen ist. Die Deutschen, die einfach nichts auf die Reihe kriegen und jeden, der Geld hat, einfach nur haten, weil er produktiv ist und so weiter. Und dann kommen wieder die Journalisten und suchen sich die ganzen Opfer raus, die irgendwo mal Geld verloren haben. Ich will mich jetzt hier nicht drüber aufregen. Also, dass das ganz klar ist. Wir starten jetzt in die Thesen von Frank Thelen rein, beleuchten sie auch kritisch. Ich will, dass ihr hier den maximalen Mehrwert rauskriegt. Und dann sage ich euch auch, wo ihr bei Frank Thelen aufpassen müsst. Also, unser Gehirn kann nicht exponentiell denken. Und das ist wahnsinnig wichtig. Wir können nur linear denken. Das Problem ist aber, dass sich viele Entwicklungen exponentiell abspiegeln. Und das können wir einfach nicht wahrnehmen. Es ist so wichtig, sich das wirklich reinzuziehen. Das bedeutet, Frank Thelen postuliert, wir stehen an der Pforte zur vierten Industrialisierung, die vor allem durch künstliche Intelligenz und Robotisierung getrieben wird. Die Beispiele, die er nennt, sind zum Beispiel, dass JD, also das chinesische Amazon, 200 Pakete pro Tag in einem komplett automatisierten Versandhaus verschickt und vier Leute arbeiten dort und betreuen die Maschine. Das ist natürlich eine Frage. Brutal effizient. Aber was passiert mit den Arbeitskräften? Das ist die entscheidende Frage. Wir sehen, wie gerade in Deutschland Politiker sich brutal dagegenstellen, die produktivitätssteigernden Kräfte der Digitalisierung zuzulassen, weil sie Angst haben, dass wir einen Arbeitsplatzverlust erleiden müssen. Das wird natürlich für Deutschland nicht gut sehen. Ihr seht hier in der Grafik, wir hatten die erste Industrial Revolution und sie sprechen hier von Steam Engine 18. und 19. Jahrhunderts. Ich würde mal ins 15. Jahrhundert zurückgehen. Erfindung der Druckerpresse. Da ging es richtig los. Die erste richtige Erfindung war die Druckerpresse. Und dann geht es aber immer schneller. Dann hast du 18. bis 19. Jahrhundert, die Industrielle Revolution, Steam Engine. Dann hast du die Second Industrial Revolution mit Electric Power und so weiter. Jetzt sind wir schon in den 1870er, 1890er Jahren. Bis 1914 gehen wir hier rein. Das bedeutet, wir haben das erste Mal Massenproduktion. Henry Ford erfindet das Fließband und auf einmal wird der Ford immer günstiger. Dann geht es weiter mit der dritten industriellen Revolution. Und ihr seht schon, es geht immer schneller. Die Zeiten werden immer kürzer. Die Produktivitätsfortschritte, ich erkläre euch gleich die Gesetze dahinter. Und dann gehen wir auch noch in die Investments rein. Warum Krypto und so weiter so brutal performt. Und wie man davon von der finanziellen Seite profitieren kann. Denn genau darum geht es ja hier auf diesem Kanal. Aber wir sehen schon, die dritte industrielle Revolution wird durch das Internet angeführt. Vor allem 1980ern bis 2016 gehen sie da. Das bedeutet analog hier Print. Ich bin immer noch wahnsinniger Fan, der immer, wenn er reist, niemals mit Kindle, sondern mit Kistenbücher. Meine Freundin schimpft mich immer zu Tode, wenn ich die ganzen Bücher rumschleppe. Aber ich will keinen Kindle lesen. Aber ihr seht schon, es geht immer schneller, immer schneller. Wir gehen gleich in Morse Law und diese ganzen Themen rein. Und jetzt kommt die vierte industrielle Revolution. Und das wird die, die wahnsinnig schwierig werden wird, weil wir Arbeitskräfte verlieren werden. Weil unser Gehirn so schnell sich nicht adaptieren kann. Wir sind nicht dazu gemacht. Wir können nicht exponentiell denken. Aber die Entwicklung geht exponentiell. Was ich euch später zeigen werde. Und da stehen wir eben vor riesigen Herausforderungen. Es geht direkt weiter. Was ist dieses Morse Law, von dem alle sprechen? Es geht darum, dass sich die Leistung der Prozessoren alle x Jahre, ich glaube es sind alle vier Jahre, verdoppelt. Und weil sich die Leistung alle vier Jahre verdoppelt greift. Der Zinseszins, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 515 und so weiter. Es geht immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und wir kommen nicht mit. Das bedeutet, das Smartphone, mein iPhone, mit dem ich hier dieses Video filme, hat mittlerweile mehr Leistung als die Rechner, mit denen wir Nils Armstrong und seine Crew zum Mond geschickt haben. Das ist natürlich brutal. Aber das bedeutet auch, dass das Wachstum immer schneller fortgeschrieben wird. Wir gehen weiter mit Rights Law. Auch eine wahnsinnig wichtige Erscheinung in dieser industriellen Entwicklung von der dritten bis zur vierten industriellen Revolution, was immer stärker wird. Das bedeutet, dass mit jeder Verdopplung der kumulativen Produktion, also immer wenn du die Produktion hochgehst, größere Fabrik, Fließband und so weiter, sinken die Produktionskosten. Das bedeutet Mass Production, also Massenproduktion. Und wenn du mehr produzierst, kostet dich die nächste Einheit weniger und dadurch kriegst du dann den rechten aufgezeigten Graphen hin. Das bedeutet, die Stückkosten werden immer geringer. Ist für Rohstoffinvestoren wichtig, denn die Rohstoffpreise sind immer gefallen. Und das ist natürlich auch wieder interessante These. Die einen sprechen vom Rohstoff-Superzyklus, weil sie sagen, strukturelle Angebotsdefizite und so weiter. Die anderen sagen, die Rohstoffpreise fallen aber immer, weil du schneller, effizienter und besser Rohstoffe fördern kannst. Das Beispiel hier ist, Elon Musk konnte die Akkukosten des Teslas brutal senken, weil er eben in der Produktion hochgefahren hat. Zweites wichtiges Gesetz. Dann, es geht kurzweiler. Jetzt wird es richtig interessant, nämlich, dass der technologische Fortschritt nicht linear passiert, sondern exponentiell. Jetzt haben wir wieder das gleiche Thema. Wir können nur linear denken. Der technologische Fortschritt passiert aber exponentiell. Wir sehen das hier an den Graphen, wie es immer weiter und weiter und weiter und schneller geht. Jetzt hat AI, Artificial Intelligence. Stell dir mal vor, das Internet. 1980, 1990 kamen die ersten Computer raus. Stell dir mal vor, wir sind mit der AI, Artificial Intelligence, künstlichen Intelligenzentwicklung nun da, wo wir 1980 mit den ersten Desktop-Computern waren. Was da noch auf uns vorkommt, wir können es uns nicht vorstellen, weil wenn wir Chat-GPT nutzen, denken wir bereits, Alter, das ist schon brutal. Aber das ist erst der Anfang. Es wird noch viel krasser abgehen und deswegen passiert der technologische Fortschritt eben exponentiell und die Geschwindigkeit wird immer schneller und schneller und schneller. Und es gibt so viele Leute, die damit nicht mithalten können. Das ist das gleiche Problem, was wir in Deutschland politisch haben. NRW, Nordrhein-Westfalen oder man traut sich nicht, die ganzen Kohlearbeiter aus den Kraftwerken rauszuschmeißen. Versucht immer verlängern, verlängern und so weiter, weil man Angst hat, dass die Leute dann politisch zur AfD laufen. Aber das Problem ist einfach das, dass sich ein Land wie Deutschland das irgendwann nicht mehr leisten kann, diese Leute nicht rauszuschmeißen, nicht produktiver zu werden, nicht effizienter zu werden, weil man sonst in einer Welt, die durch Konkurrenz eben nur mal dominiert wird, von allen Leuten umgehauen wird. Es gibt noch viel mehr Treiber des technologischen Fortschritts. Es ist Wahnsinn. Ich bin teilweise mit Leuten vernetzt von Tech-Firmen in Deutschland, wenn ich mit diesen Menschen rede. Es ist Wahnsinn. Standard, sagen sie. Diese Dinge kommen, diese Dinge passieren und die Leute, die das nicht checken, werden brutal überrannt. Wir haben einmal der Prozess der kreativen Zerstörung. Da kommt Schumpeter, hier lacht sein Standardwerk mir in die Augen. Früher haben die Ökonomen alle Bücher geschrieben und keine Papers, Schumpeters, Demokratie, Sozialismus. Sein Buch ist wahnsinnig tief. Ich habe mich da mal in den Ferien, habe ich mich da früher mal durchgegraben. Aber es geht darum, dass der Fortschritt immer durch eine neue Erfindung und daraus entstehende Produktivitätsfortschritte getrieben wird. Und dann wird das Alte disruptiert. Und das ist auch dann das Beispiel, dass Apple zum Beispiel irgendwann von einem neuen Player disruptiert wird. Und deswegen entstehen keine Monopole und so weiter und so entsteht der Fortschritt. Dann haben wir aber die Netzwerkeffekte. Und die Netzwerkeffekte sind entscheidend. Das ist der Grund, warum Facebook und diese ganzen Firmen so viel Macht momentan haben, weil sie das erste Mal es geschafft haben, ihre Macht mit einem Netzwerkeffekt zu kombinieren. Netzwerkeffekt bedeutet, dass ein User, der hinzukommt, den Wert des Netzwerks erhöht. Das bedeutet, jeder neue Facebook-User bringt mehr Wert in die Company. Und dadurch hast du wieder exponentielles Wachstum. Dann hast du natürlich Gesetz von Matt Cull, der einfach nochmal den Netzwerkeffekt ein wenig besser beschreibt, sagt, das ist der Wert des Netzwerks, nimmt proportional zum Quadrat der Anzahl seiner Benutzer zu. Und deswegen hast du wieder exponentielles Wachstum. Und du hast die digitale Disruption. Das geht einfach genau darum, was ich euch hier immer wieder gesagt habe. Diese digitalen Geschäftsmodelle, denen einfach brutal ab die Beispiele sind. E-Commerce, Sharing Economy, Streaming-Dienste und so weiter. Also, es geht immer schneller. Hier seht ihr das nochmal richtig schön, wie wir hier die ganzen Zukunftstechnologien mit exponentiellen Wachstumscharakter aufgezeigt haben. Dann sieht er auch noch die ganzen Beispiele, Google Classes, 3D-Printing, Crowdfunding und so weiter. Nano-Printing, also Self-Driving Cars. Das sind diese ganzen Bereiche. Und dann seht ihr links, rechts, wie die exponentiell zunehmen. Und dazu habe ich noch eine andere Grafik, wenn wir dann in die Investments gehen. Ihr seht hier den Einfluss einer neuen Technologie auf die Wirtschaft. Dann seht ihr, der Steam Engine war natürlich groß, Railways schon wieder geringer. Dann hatten wir Telefon, Automobile, Electricity und so weiter. War wieder groß, Computer, Internet, ja. Aber die anderen, die jetzt gerade kommen, werden eben viel stärker ausfallen. Also, da haben wir zum Beispiel Robotics und Artificial Intelligence, Genium Sequencing. Ich glaube, die Artificial Intelligence und die Robotics werden die stärksten sein. Das bedeutet, der Einfluss, den diese Technologien auf die Wirtschaft haben, wird immer, immer stärker. Und wenn du jetzt an die Investments denkst, das ist der Grund, warum in den letzten Jahren Tech alles outperformed hat. Leute, schaut euch mal die Nasdaq geteilt durch das Balance Sheet an. Und dann schaut euch mal den S&P 500 geteilt durch das Fat Balance Sheet an. Ihr seht, dass der S&P 500, der breite Index, das Gelddrucken, nicht geschlagen hat. Es gibt Thesen, dass dieses ganze Gelddrucken nur einen Plan hatte, nämlich die Produktivität wieder anzuheizen, indem man einfach alles mit Geld flutet und hofft, dass dann wieder neue Produktivitätthesen aufkommt. Ich will jetzt hier nicht zu tief eingehen. Auf jeden Fall das Wichtige ist, Tech hat alles geschlagen, Krypto hat alles geschlagen. Und das ist genau der Grund, weil der Einfluss, den diese Felder auf unsere Wirtschaft haben werden und bereits schon haben, immer stärker ist. Und wir stehen hier an wichtigen Tipping Points. Und das sind genau die Thesen und Argumente, die Leute wie Frank Thelen, Katie Wood im Englischen vertreten. Jetzt wollen wir das Ganze auch einmal konstruktiv kritisch beleuchten. Worauf muss ich aufpassen? Natürlich pusht ein Frank Thelen diese Narrative, indem er sagt, hey, denk doch mal an, dass in zehn Jahren keiner mehr mit Autos oder mit Flugtaxen durch die Gegend ist. Er hat den Interessenskonflikt, dass er natürlich, wenn er diese Thesen, diese Narrative, diese Storys pusht, seine eigenen Investments pusht. Das bedeutet, er ist natürlich Start-up-Investor, in Flugtaxen investiert und so weiter. Und er hat den Tenex-DNA-Fonds, also er hat einen Tech-Fonds, der ebenso in solche Investments, in solche Firmen investiert, die eben dieses 10x-Potenzial haben sollen. Also natürlich, wenn ihr Frank Thelen zuhört, ihr müsst das in eurem Kopf diskontieren, dass er diesen Eigeninteresse hat. Und dann müsst ihr selbst nachdenken. Und diese Themen, die ich hier gezeigt habe, ich habe das ja auch in den Rahmen des Frank Thelen gepusht, gesetzt, was mir eigentlich wichtig ist in diesem Video, ist, dass ihr euch mit diesen Themen vertraut macht. Denn wer heutzutage nicht in der Lage ist, diese Themen zu verstehen, die dann in die Investments umzusetzen, der wird verlieren. Denn eine Sache ist klar, die Conclusio, wenn man dann weiterdenkt, ist, dass wieder Geld gedruckt werden muss. Es wird irgendwann wieder Geld gedruckt werden. Und dann werden wieder manche Investments richtig durch die Decke gehen und andere nicht. Und wer dann sein Geld auf dem Sparkonto, wie das eben der schön brave Deutsche Michel immer zu tun pflegt, weiter auf dem Sparkonto hat, der wird verlieren. Wer dann die richtigen Assets im Portfolio hat, der wird richtig fett Rendite machen. Und genau darum geht es hier, diese Bildung, diese Finanzbildung, dieses Wissen mit euch zu teilen. Also hier Interessenskonflikte. Frank Thelen hat natürlich seine eigene Agenda, die ihr pusht. Aber zusammenfassend bin ich froh und dankbar, dass es jemanden wie Frank Thelen gibt, der in Deutschland endlich mal wieder kreative Elemente, Erfindertum, Innovation pusht, weil Deutschland eben viel zu stark in dieser alten, starre, verwaltenden Gesellschaft ist. Die neun der zehn reichsten Deutschen sind Erben. Die neun der zehn reichsten US-Amerikaner sind Gründer. Das sagt richtig viel aus, was die Aufstiegsmöglichkeiten in Deutschland anbelangt. Und auch, was die Möglichkeiten in Deutschland anbelangt, Geschäfte zu machen. Denn der Geist der deutschen Gesellschaft ist leider verwalten. Das bedeutet, man versucht den Wohlstand, den die Vorgeneration, die Nachkriegsgeneration für uns geschaffen hat. Mit harter Arbeit aus Schutt und Asche haben die hier ein Deutschland aufgebaut. Man versucht verzweifelt, diesen Wohlstand zu verwalten, aber wir müssen ihn neu schaffen. Wir müssen wieder kreativ werden und so weiter. Und das schaffen wir leider nicht. Also das war's hier mit diesem Video zu Frank Thelen. Steckbrief ist der kriminell? Nein, natürlich nicht. Er ist auch kein Finanzverbrecher, wie diese Journalisten diese verwirrten Subjekte versucht haben, ihn darzustellen. Er ist einer, der versucht, mit Innovation Deutschland voranzutreiben, aber der natürlich in seiner eigenen Bubble befangen ist. Und zu guter Letzt, bevor ihr dieses Video teilt, kommentiert, liked und so weiter, interessiert mich natürlich noch deine Meinung. Eine Sache, die ich zu Beginn dieses Videos vergessen habe, schaut euch die Videos immer mit doppelter Geschwindigkeit an. Einfach deswegen, weil ihr dann Zeit habt, Notizen zu machen, dann könnt ihr doppelt so viel Content in halber Zeit konsumieren. Und wenn ihr Notizen macht, kommt ihr Break-Even raus und es bleibt etwas hängen. Es ist ganz wichtig, nicht nur zu konsumieren, sondern zu lernen. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass ihr... Ach, jetzt habe ich es vergessen. Was war der zweite Punkt, was ich immer in diesen Videos sagen soll? Ich habe es vergessen, ist egal. Also in dieser Hinsicht, ich bin jetzt raus und wir sehen uns beim nächsten Video.